Musik Schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Großes Interesse, man könnte fast glauben, es sei die erste Pressekonferenz nach dem Gewinn des Deutschen Meistertitels. Tatsächlich ist es so, also in diesem Sinne ein herzliches Willkommen beim Deutschen Meister im Signal Iduna Park. Begrüße ganz herzlich die jungen Menschen auf der Seite von der, und das muss ich eben aufschreiben, Business and Information Technology School BITS in Iserlohn mit Prof. Dr. Christoph Moss. Die im Rahmen, ich nehme an, eines universitären Seminars heute an dieser Pressekonferenz teilnehmen, freue mich sehr. Und wir begrüßen die Damen und Herren des Unternehmens Flyer Alarm, das wir Ihnen nach dem sportlichen Teil noch vorstellen möchten. Ein neuer Champion Partner des BVB und unser Stichwort heißt, auch wenn wir jetzt erstmal nach Kaiserslautern gehen, Adrenalin für Berlin. Aber dazu kommen wir später. Zunächst mal darf ich Ihnen sagen, dass in Kaiserslautern die 5000 BVB-Fans, die hier die Karten über uns kaufen konnten, selbstverständlich dabei sind. Die Lauterer vermuten, dass sich viele schwarz-gelbe Karten über Ebay und sonst wo besorgt haben, weil doch der eine oder andere Lauterer zu diesem letzten Spiel nicht mehr unbedingt kommen möchte, vielleicht schon im Urlaub ist. Wichtig ist für alle zu wissen, wer Karten für die Westtribüne in Kaiserslautern gekauft hat und sich in irgendeiner Form verdächtig machen wird, ein BVB-Mensch zu sein. Der wird nicht ins Stadion kommen, dem wird die Karte weggenommen und, und, und. Das ist die Fantribüne in Lautern. Das sollte jeder wissen, dass die für Gäste verboten ist. Erstmals in dieser Saison am 33. Spieltag Schiedsrichter Markus Schmidt. Viel Vorrede, aber jetzt das eigentlich Wichtige, unser Cheftrainer. Jürgen, Ziele haben wir noch, obwohl wir schon Meister sind. Personelle Probleme hast du auch. Wir gehen morgen nach Kaiserslautern mit der Erwartung, drei Punkte mit nach Hause zu bringen, damit es nochmal ein richtig schönes letztes Spiel am 34. Spieltag wird. Ja, also alles wie immer sozusagen. Ja, jetzt. Alles wie immer. Das heißt, muss man eigentlich nicht nochmal extra formulieren, denke ich. Es ist allen klar, dass wir, und das ist der große Unterschied zum letzten Jahr, alle richtig unter Strom stehen, dass keiner von uns das Gefühl hat, es wäre schön, wenn die Saison schon zu Ende wäre. Ganz im Gegenteil. Wir haben Lust auf dieses Spiel in Kaiserslautern, auf die letzten beiden Bundesliga-Spiele und natürlich auf das Pokalfinale. Das steht völlig außer Frage. Und ja, die Woche ist komplett normal abgelaufen. Das heißt, wir haben Dienstagmorgen trainiert, dann jeden Tag trainiert, also Dienstag zweimal und jeden Tag trainiert. Und da hat sich das ein oder andere Problem dann gezeigt. Das sieht so aus, oder es ist relativ sicher, dass Jakob Blaschikowski nicht spielen kann am Samstag. Er hat es richtig erwischt, er ist krank. Ich habe vorher mit ihm telefoniert und ich verstehe ihn kaum. Es liegt nicht an der Sprache. Und nicht so gut aussieht es auch bei Marcel Schmelzer. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann wird auch Sven Bender nicht in Kaiserslautern dabei sein, wobei das ein bisschen von den anderen Geschichten abhängt. Manni hat eben das Problem mit der Rippe noch ein bisschen. Da haben wir jetzt gesagt, weil danach ja auch noch für uns zwei sehr wichtige Spiele anstehen, dass wir die Woche jetzt mal nutzen, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen, damit er nicht täglich einen Schlag auf die Rippe kriegt. Jeder, der mal eine Rippenprellung oder eine gekrochene Rippe hat, der weiß, wie schmerzhaft das ist. Und Manni hat da gebissen. Aber jetzt, wie gesagt, wenn es geht, dann ist er auch nicht dabei. Wenn das nicht möglich ist, dann kann es auch sein, dass Manni spielt. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ihm diese Pause wirklich gönnen können. Ja, und dann geht es nach Kaiserslautern, die, wie so oft, zwar nicht rechtzeitig für ihre Saison, aber rechtzeitig für das Spiel gegen uns, so eine gewisse Leichtigkeit dann doch wieder gefunden haben. Der Druck des Abstiegskampfes, das kenne ich aus eigener Erfahrung, der kann schon auch richtig auf die Leistung sich niederschlagen. Das war es sich in den letzten Wochen so. Jetzt ist das klar, dass sie für die Zwei-Liga planen müssen und haben in Berlin ein richtig gutes Fußballspiel gemacht. Haben viele Veränderungen vorgenommen. Das ist wirklich für uns relativ wenig klar, was so eine Aufstellung angeht. Aber, und da wiederum glaube ich, auch wenn Josef meint, dass vielleicht ein paar Kaiserslautern-Fans schon im Urlaub sind, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe davon aus, dass sie das Ding nochmal voll machen werden, um sich richtig aus der ersten Liga zu verabschieden. Und das soll die Mannschaft eben auch vorhaben. Wir sind darauf eingestellt. Wir wollen diese drei Punkte haben. Wir haben im Moment noch die Chance auf eine außergewöhnliche Punktemarke, die so noch nicht viele oder vielleicht gar niemand vor uns erzielt hat. Und das geht allerdings nur, wenn man beide letzten Bundesliga-Spiele gewinnt. Das wiederum geht nur, wenn wir das erste schon mal gewinnen. Und das steht nur bei Kaiserslautern an. Ich weiß nicht genau, wie das Wetter im Südwesten ist am Samstag, aber ich glaube, wir werden uns alle ein bisschen wundern, was so die Temperaturanstiege angeht. Das wird eine richtige Herausforderung für alle Beteiligten. Und der wollen wir uns stellen. Also wir sind bereit und weit davon entfernt, irgendwie in dieser Woche noch irgendwelche Feierlichkeiten ablaufen zu lassen, die nicht mit dem Spiel in Kaiserslautern zu tun haben. Dankeschön. Danke. Ja, in der Tat, Jürgen. Das Wetter in Kaiserslautern wird meisterwürdig sein. Gibt es Fragen? Bitteschön, gehen wir zuerst zu Friedbert Raulf, bitte. Im vergangenen Jahr war das ja ein bisschen anders. Da hat es eine Woche nach der Gewinnerdeutschen Meisterschaft Feststände das Spiel in Bremen gegeben. Was ist der Unterschied zu damals? Was habt ihr diesmal anders gemacht? Und was anders in der Vorbereitung gelaufen ist? Das habe ich eben gesagt, aber letztes Jahr war es so, dass wir nach dem Nürnberg-Spiel, klar, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns wieder getroffen, Mittwoch oder Donnerstag? Ich weiß es nicht. Ich wollte meine Jungs nicht damit überfordern, dass ich sie zu schnell wieder einberufe. Und es wäre schrecklich gewesen, wenn ich da Geldstrafen hätte ausgeben müssen, weil jemand irgendwie das Training nicht mitbekommen hat. Dementsprechend haben wir da ordentlich Spielraum gelassen. Das war das ja völlig anders. Wir haben den Samstagabend natürlich alle in vollen Zügen genossen, das ist keine Frage. Und es war auch alles, was hier passiert ist am Samstag nach dem Spiel, im Spiel und nach dem Spiel war außergewöhnlich. Aber am Montag bin ich dann das zweite Mal wach geworden und hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas anderes wäre als sonst. Sondern es war tatsächlich so, dass wir uns ganz, ganz schnell wieder auf diese Saison einlassen konnten, weil, und das hilft natürlich total, eben am Ende dieser Saison das Pokal ins Spiel steht. Und wenn mir letztes Jahr jemand gesagt hätte, also in drei Wochen habt ihr nochmal ein ganz wichtiges Spiel, dann hätte ich gesagt, oh, können wir das nicht verschieben. Diesmal ist es wirklich völlig anders. Wir haben das Pokal, oder der Pokalwettbewerber von vornherein, unser Saisonziel Nummer eins. Und das haben wir nicht aus den Augen verloren bis hierhin und werden nicht aus den Augen verlieren. Deshalb ist es eine völlig andere Situation. Wir werden nicht, also wir haben damals in Bremen auch alles versucht, da war es auch relativ warm auf einmal und haben auch alles versucht, aber da war für uns nicht mehr drin. Wir werden sehen, was in Kaiserslautern für uns drin ist, aber es wird nicht daran liegen, dass wir gedanklich noch am letzten Samstag hängen. Jens Stampier, bitte. Eins, zwei, drei, vierte Kamera von rechts. Ich denke, dass sich die meisten Fußballfans in Deutschland sowieso schon auf das Pokalendspiel gefreut haben, so oder so. Seit gestern ist die Freude vielleicht noch ein bisschen größer nach dem Spektakel gestern. Geht Ihnen das auch so, dass es gestern noch mal so ein bisschen mehr, noch mal so einen kleinen Takt mehr gegeben hat? Nee, das hat mit dem Pokalspiel nichts zu tun, aber ich habe mich gestern Abend gefreut und kann es an dieser Stelle gerne auch die Chance wahrnehmen, Bayern München wirklich ganz herzlich zu gratulieren, zu einer fantastischen Leistung, ins Champions-League-Finale eingezogen zu sein und das auch völlig verdient. Fand ich war gestern Abend wirklich großes Spektakel, was da abgelaufen ist, in einem sehr schweren Spiel, eine ganz, ganz reife Leistung von Bayern München. Aber hat natürlich für das DFB-Pokalfinale, glaube ich, keine wahnsinnig große Auswirkung, zumindest nicht was von unserer Seite aus. Unsere Saison endet nach diesem Spiel, die der Bayern nicht. Das ist das Einzige, was man vielleicht dazu sagen kann. Dann hätten sie gestern Abend nicht weitergekommen, wäre für beide vorbei gewesen. Das ist der einzige Unterschied. Aber sollte es irgendjemanden geben, der sich jetzt noch mehr aufs Pokalfinale freut, sei ihm gegönnt. Aber ich habe mich vorher schon sehr darauf gefreut, ehrlich gesagt.